Leicht zu erreichen, das ist der Kreis Offenbach über den Flugplatz Egelsbach. Unternehmen und Spitzengastronomie, hier liegen Tradition und Moderne eng beieinander. So stehen die Fachwerkhäuser in Dreieich und Seligenstadt in unmittelbarer Nachbarschaft zu bedeutenden Ballungszentren der IT- und Hightech-Industrie. Global Player wie Fujitsu, Sony oder Panasonic wissen die infrastrukturellen Vorteile ebenso zu schätzen wie nationale Branchenführer. Seit über 80 Jahren steht der Lederwarenhersteller Picard am Standort Oberzhausen für Design und Qualität. Besondere Akzente setzt der Kreis im Bereich Bildung. Die Sanierung und Bewirtschaftung der 90 Schulen liegt in privater Hand. Eine internationale Schule im Haus des lebenslangen Lernens sowie die Berufsakademie Rhein-Main garantieren Ausbildung auf internationalem Niveau. Der Kreis Offenbach ist damit fit für die Märkte der Zukunft und ein starker Partner in Frankfurt-Rhein-Main.